Abfälle bleiben nicht ewig Abfälle und das ist auch gut so, weil wir wollen ja eine Kreislaufwirtschaft, wo Abfälle sozusagen wieder zum Produkt werden. Altpapier soll wieder Papier werden, Altglas soll wieder Glas werden. Und der Europäische Gerichtshof hat uns jetzt zum Beispiel Klärschlamm erklärt, dass die EU hier lockerer ist als Österreich mit seinem Abfallwirtschaftsgesetz. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Niederhuber von der Umweltrechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Und diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 14.10.2020 ist für uns spannend, weil uns der Gerichtshof nochmal erklärt, dass wir hier, was dieses Ende der Abfalleigenschaft anbelangt, ein bisschen fortschrittlicher sein könnten in Österreich. Warum ist das so wichtig? Wenn ich sage, ein Abfall kann irgendwann seine Abfalleigenschaft verlieren, dann kann ich in dem Zeitpunkt, wo er dann eben nicht mehr als Abfall, sondern als Produkt gilt, ihn wieder in den Wirtschaftskreislauf einbringen. Wenn ich das zeitlich früher mache, dann fördere ich damit die Kreislaufwirtschaft. Wenn ich das zeitlich später mache, dann ist es möglicherweise für die Kreislaufwirtschaft hinderlich und insofern nicht erwünscht, was jetzt die Ziele der EU diesbezüglich anbelangt. Warum ist es gegangen bei dieser Entscheidung um Klärschlamm? Ein österreichischer Fall. Der Klärschlamm ist angefallen bei einer Papierfabrik und sollte dann sofort dem geschlossenen System wieder zur Erzeugung von Wärme und von Dampf genutzt werden. Und da hat der Gerichtshof gesagt, ja, der Klärschlamm ist natürlich Abfall, das ist schon klar. Aber wenn er jetzt sozusagen bestimmte Kriterien nach dem EU-Abfallrecht erfüllt, dann endet eben die Abfalleigenschaft. Die Kriterien sind gar nicht so besonders überraschend. Ich muss mit der Sache etwas Vernünftiges anfangen können. Die Sache muss dafür natürlich geeignet sein. Die Rechtsvorschriften und Normen müssen eingehalten werden und natürlich darf die Umwelt nicht belastet werden. Also die Kriterien sind eh ganz klar definiert. Und der Europäische Gerichtshof sagt jetzt, naja, wenn der Klärschlamm das alles erfüllt, dann endet seine Abfalleigenschaft und zwar schon bevor er dann sozusagen thermisch verwertet wird. Und das ist jetzt das Novum. National würde man sagen, der bleibt Abfall so lange, bis er dann tatsächlich in dieser Anlage wieder eingesetzt wird. Und wie gesagt, der Europäische Gerichtshof ist hier ein bisschen fortschrittlicher. Und das führt mich zu meinem Wunsch, den ich schon öfter geäußert habe, nämlich dem Wunsch, hier das nationale Abfallrecht an die EU-Vorgaben anzupassen und insofern der Kreislaufwirtschaft in Richtung Recycling einen Incentive zu geben, den wir in der Praxis ganz dringend brauchen.